Herzlich willkommen Leute, es ist Heldenvorstellungszeit, Small Giants hat uns unfassbar nicht nur einen neuen Linier gebracht, nein, einen ganzen Arsch voll 5 Sterne Liniers und die gucken wir uns jetzt an. Los jetzt. So, falsches Bild. Egal. Egal Egon, wir machen nur mit falschem Bild. So, hier, Turmbeschwörung, neue Ninjas, jawoll, gehen wir rein, zack, ein Ninja, zwei Ninja, drei Ninja, vier Ninja, das war's. Aber vier neue Ninjas, also, da haben sie sich ja wieder nicht lumpen lassen, ja, da haben sie sich nicht lumpen lassen. Von daher gehen wir rein in den Kollegen. So. Iga. Iga? Yellow. 1447 Stärke? All that claw. 1799 Angriff? Mächtig. Ich glaube, ich weiß nicht, wie die anderen sind, aber ich glaube, wir, äh, ja, also wir sind jetzt kurz davor, die 1800 zu machen und ob der komplett auf Angriff geskillt ist, wahrscheinlich nicht. Also, wir werden mit ihm die 1800 auf jeden Fall schaffen. So, Familienbonus wurde ja mit dem letzten, äh, Update, ähm, verbessert, das jetzt auch mit einem Ninja-Helden ein Bonus gibt, ne, 15 oder 15 Prozent Chance von normalen Angriffen und Spezialfähigkeiten auszuweichen. Das ist übrigens mega ätzend. 15, 15 Prozent Chance mit 60, 90 oder 120 des erlittenen Schadens zu kontern. Das ist erstmal grundsätzlich blöd. Ähm, das haut dich jetzt nicht komplett raus, ne, in irgendeiner Form, aber gerade das Ausweichen, das Dodgen ist halt blöd. Und, äh, und vor allem, weil sie es halt auch bei Steinen machen, ne. Also, meine Haare sehen auch aus, sie ist ja wirklich, siehst du nach dem Arbeit aus wie abgelutscht hier. So, ähm, dann haben sie ein Passiv, ja. Der Charakter hat die angeborene Fähigkeit, eingehende negative Effekte und Schaden von Lakaien zu widerstehen. Ähm, und das ist eine coole Geschichte, muss ich tatsächlich sagen, ne, negative Effekte und Schaden von Lakaien, weil da zählen auch, so ist mein Kenntnisstand, die Monster Lakaien dazu. Und das ist natürlich cool, weil sie sind klassische Konterhelden, weil alle neuen Ninjas haben das, klassische Konterhelden für, äh, Mega Minions. Oder Mega Lakaien, wie auch immer man sie jetzt nennt. Weil die bumsen ja doch relativ doll drauf, ähm, und wenn sie einen Ninja treffen, erleidest du keinen Schaden. Das ist schon ganz dufte. So, was macht er denn? Ein Aufladungsheld, wir kennen das, er hat eine Aufladung, erste Stufe mit 100%, du kannst ihn überziehen auf 200% draufdrücken, kannst ihn überziehen auf 300% draufdrücken. Logischerweise, umso mehr Ladung du haben willst, umso mehr Steine brauchst du, ne. Ich hab für Ladung zwei, das glaub ich gar nicht im Kopf. Ich glaub, man kriegt Ladung zwei mit neun Steinen hin, äh, bin ich der Meinung, dass man das schafft. Ähm, aber dritte Ladung weiß ich gar nicht. Bei Hypnos zum Beispiel, da hab ich's auch, äh, nicht im Kopf, weil meistens knall ich in der ersten oder in der zweiten raus, und zweite Ladung kriegt er auf jeden Fall mit neun Steinen hin. Was macht denn der jetzt? So, beschwört einen Kunai-Feind für das Ziel, der Feind greift den Gegner mit 150% Angriff bei jedem Zug an. Okay, er muss erst beim Gegner nur ein Feind. Der Kunai-Feind absolviert Heilung und verschwindet, wenn er Leben in voller Höhe von 45% des Maximalen des Besitzers aufgenommen hat. Okay, der Kunai-Feind explodiert, ah, nach drei Zügen und verursacht 1850 Schaden am Ziel. Ah, okay. Gut, also, ähm, verstehe. Okay, keinen direkten Schaden, sondern diesen Lakai drauf, 45% musste er erstmal weggeheilt bekommen, das ist gar nicht so einfach. Und dann knallt er mit 1850 Schaden rein. 1850 ist okay. Man hat natürlich die Möglichkeit, ihn wegzuheilen, dann macht er gar nix, ne? So, beschwört einen... Echt mal, ne, komm, hier, keine Brille auf hier. Ah, so. Beschwört einen Kunai, also zweite Aufladung, ne? Kunai-Feind, dasselbe Spiel. 175% Angriff, nicht, ähm, 150. Und, na, Gegner. Jetzt kriegen also drei den Rotz ab. Und die drei bekommen 2000 Schaden nach drei Zügen. Das ist natürlich, auf drei ist das satt, ne? Also 3000 Schaden auf drei, äh, 2000, ist natürlich fett. So, dann gibt's dritte Aufladung, Feind 200%, 55% muss weggeheilt werden und 2250 Schaden. Ja, was soll ich sagen? Also, mal so Gesamteinschätzung, ne? Also, er hat auch relativ wenig Schild tatsächlich und auch nicht so viel Leben, aber er ist halt auch ein Aufladungsheld und dementsprechend in der ersten Aufladung sehr schnell, ne? Das wäre jetzt auch echt scheiße, wenn er extrem tanky wäre. Ähm, ja, also sicherlich das Manko, dass er halt nicht direkt Schaden macht, ne? Weil du musst halt drei Züge erstmal durchhalten, dann knallt das Ding rein. Ähm, gegen Defensiven, wo zum Beispiel keine Heiler drinstehen, ist er natürlich eine Bombe, ne? Weil wie soll das Ding wegkommen? Es wird auf jeden Fall explodieren. Ähm, also da auf jeden Fall eine Macht, aber trotzdem musst du drei Züge insgesamt mal überleben, nachdem die ausgelöst hast. Also, ja, ist okay. Glaube, dass der eine Daseinsberechtigung hat, aber mir fehlt ein bisschen der direkte Schaden. Ja, das würde ich jetzt erstmal so sagen. Machen wir erstmal weiter. Tora. Ja, Boni, alle gleich hier, na? Zack, 1791 Angriff, 1470 Verteidigung. Oh, scheiße, tut mir so leid. Tut mir so leid, manchmal bin ich so müde. Ah, 2264, ähm, Leben. Also auch ein bisschen schwach auf der Brust im Lebenbereich. Fügt dem Ziel 400% Schaden zu. Das ist für einen schnellen Helden, also für einen sehr schnellen Helden gut. Verursacht zusätzlich 35% Schaden für jeden Lakai oder Megalakai vom Gegner. Oh, das ist auch schön. Bis zu 750% Schaden insgesamt. Ja gut, ähm, also kannst du ja mal hochrechnen, ja, wenn hier 350% Schaden oben drauf kommen sollen, wie viele Lakai beim Gegner stehen. Ähm, die wirst du gefühlt nie erreichen, ja. Aber, äh, dass zum Beispiel, obwohl du sie ja schnell ankriegst, also sehr schnell ankriegst, muss mich immer wieder wiederholen, sehr schnell ankriegst, ähm, hast du die Situation, dass ja viele Helden mittlerweile mit so einem Megalakai starten. Und damit, ähm, kann das schon mal deutlich mehr sein als 400%. Also, könnt ihr mir vorstellen, 470, 435, kann das schon sein. Das, was halt cool ist, der Angriff umgeht Defensivboni. Gegenschlag, geht er vorbei, Schild hoch, geht er vorbei. Und durch die ganzen Alpha-Breaks haben wir ja die Situation, dass oft Helden, ähm, ja, so eine Startbonis haben, ne, die Alpha-Power hier. Und da unter anderem auch Schild hoch und so ein Scheiß dabei ist, ne. Also, das ist schon cool. Zweite Ladung, Ziel und nahen Gegnern 425%. Hier ist natürlich schon, das ist schon richtig geil, ne. Auch hier geht's weiter mit 35% bis auf 775% und der Angriff umgeht Defensivboni. Also, sie macht's in der ersten Stufe auf 1, kriegst in die zweite gedrückt, auf 3, ähm, stelle ich mir sehr, sehr cool vor. Das macht gut Bums. Und das sind 9 Steine, das ist alles okay. Ja, und dritte Aufladung, natürlich crazy, ne. Ne, fügt allen Gegnern 450% Schaden zu. Das ist eine ordentliche Summe. Geht dann auch noch mit den Lakaien hoch. Die Frage ist halt immer, ähm, wenn du die so weit hochgeprügelt hast, stehen dann da überhaupt noch Lakaien? Was aber einfach viel entscheidender ist, der Angriff umgeht Defensivboni. Also, sie schätze ich sehr, sehr stark ein. Ähm, glaube nicht, dass das klassische Helden sind für die Defensive. Das sind, äh, klassische Angriffshelden. Würde ich einfach mal so sehen. Also, Tora, wenn ich Tora bekommen würde, äh, das würde ich gar nicht, gar nicht schlecht finden. Muss ich gestehen. Ja, bei ihm ist so, auch sicherlich nicht verkehrt, aber Tora, da wäre ich schon da, würde ich schon ein bisschen glücklich sein. No Mound. No Mound. No Mound. So, No Mound. Rot. 1810 Angriff. Wahrscheinlich auf Angriff getrimmt noch ein bisschen mehr. 1.444 Schild, 2.285 Leben. Okay. Passiv, alles gleich. Erste Aufladung. Füge dem Ziel 400 Schaden zu. Fügt 600% Schaden, also 400%, ne? Fügt 600% Schaden zu, wenn das Ziel weniger als 50% Leben hat. Ähm, ja. Ja, der Schaden umgeht die Lakaien des Ziels sehr gut. Gerade auch, wenn, ähm, die Munsterlakaien da sind. Einfach dran vorbei gepippelt, ne? Und richtig drauf geschissen. Ja. Wie finden wir das? Also, zu Anfang, wenn er auslöst, weil er nun mal mit zwei Matches geladen ist, wird er die 600% nicht raushauen, weil dein Gegenüber wird nicht weniger als 50% Leben haben. Was auf jeden Fall ist, du kannst ihn natürlich wunderschön nutzen zum Räumen, ne? Weil wenn jetzt so irgendwie Helden angeschossen sind und die ja trotzdem noch gut Leben haben in der heutigen Zeit über Fünfer-Truppe, dann machen die 600% natürlich schön bumm. Also, gefällt mir gut. Wenn das Ziel mit dem Angriff besiegt wird, erhalten alle Verbündeten plus 20% Mana-Generationen für zwei Züge. Oh, das ist natürlich nett. Ja. Ich meine, der Kampf wird jetzt schon ein bisschen fortgeschritten sein. Ähm, nichtsdestotrotz dann 20% Mana-Generationen dazu. Kann halt dazu führen, dass du deine zusätzlichen Helden, die du ja noch mit beierst im Team, dann vielleicht im nächsten Zug geladen wären, obwohl sie es sonst nicht wären. Und damit kannst du das Match vielleicht für dich entscheiden. Also, schon, äh, auch nicht schlecht, ja? Füge dem Ziel nahen Gegnern 425 zu. Also, wir gehen jetzt quasi mit dem Schaden ein bisschen hoch und gehen nicht mehr auf einen, sondern auf drei wieder, ne? Ja, der Rest bleibt hier gleich, bloß, dass jetzt Mana-Generationen 30% mit dazukommen. Und in der letzten Stufe sind es 450% bei allen hoch bis maximal 675%. Ähm, und der Schaden umgeht die Lakaien, wie immer, ne? Und 40% Mana-Generationen für vier Züge. Das ist natürlich viel. Also, 40% ist eine Hausnummer, muss ich sagen. Ich tue mir einfach leid, ich kann es sich ändern. Na, wenn der Alte müde ist, ist er müde. Ähm. Ähm, na, was soll ich sagen? Du wirst ihn ja wahrscheinlich, ähm, also es wird ja Gründe haben, warum du den bis in die letzte Stufe ziehst, ne? Äh, rein vom Schaden her würde ich jetzt nicht vermuten, dass man ihn bis in die letzte zieht. Das heißt, wenn du so lange warten kannst mit dem Auslösen, dann läuft das Board sowieso schon für dich. Und ich glaube, dass diese, äh, 40% Jungen Mana-Generationen eher selten zum Einsatz kommen, weil du einfach vorher das Ding entweder gewinnst oder halt schon vorher verloren hast. Ich finde immer bei den ganzen Helden meistens die erste und zweite Aufladung interessanter, weil die realistischer ist, dass die ausgelöst wird. Und da ist die trotzdem sehr, sehr gut, ne? Also, gerade wir sehen es ja auch, die Angriffswerte sind schon satt. Wenn der auf Angriff getrimmt wird, hat er wahrscheinlich so 1850 oder vielleicht ein bisschen mehr. Das macht schon bumm, ja? Also über Rot wäre ich jetzt auch nicht, äh, unglücklich, wenn ich ehrlich bin. Und dann haben wir noch Chikau. Chikau. Grün. Der hat jetzt ein bisschen mehr Schild. Immer noch wenig Leben, aber nicht ganz so viel Angriff. So, was macht der? Bann Boni von allen Gegnern am Rand der gegnerischen Formation, okay. Fügt den Gegnern am Rand der gegnerischen Formationen 300% Schaden zu? Wenn nur ein Gegner am Leben ist, wird der Schaden verdoppelt. Mhm. Der Gegner am Rand der gegnerischen Formationen, also die Gegner, Entschuldigung, schlafen ein und erleiden während des Schlafens um 60% erhöhten Schaden. Ich hab keine Ahnung, was hier los ist. Es tut mir wirklich leid, dass ich so unfassbar müde bin. Ich weiß es nicht. Oder das ist das Spiel, was mich langweilt. Oder nee, das spielen nicht die Helden. Ähm. Ja, was macht er nach Nächsten? Gernert 85% und 80% Schaden hoch. Und dann bleibt es immer noch bei dem am Rand. Boah. Die haben sich da verdruckt, oder? Bei der dritten Aufladung fügt Gegnern am Rand der gegnerischen Formationen 900% Schaden zu. Und 100% erhöhten Schaden. Wow. Was ist das denn? Also ich glaube, ich hab noch nie 900% bei irgendeinem Helden gesehen. Also korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ich da komplett falsch liege. Ich habe noch nie 900% gesehen bei einem Helden. Das ist ja Wahnsinn. Ähm. Ja. Also bei ihm würde ich meinen, lohnt es sich sogar, in die Stufe reinzugehen. Bei 300% killt ihr keinen weg. Ja. 485% ist natürlich schon ganz schön heftig. Aber 900% müsste ja fast ein safer Kill sein. Von den Außen. Also, ich sag mal, gerade durch diese ganzen Diachon-Tanks oder auch diese ganze Pisse mit Carlos außen im Rush sind natürlich diese Helden, die auf die Außen gehen, durchaus interessant, ne? 900% auf die Außen in der letzten Stufe. Na klar, musst du die erstmal in Gange kriegen. Aber 485% sind ja auch schon in der zweiten ganz cool. Und dann auch erhöhter Schaden. Vielleicht hast du noch irgendwas bei, was draufschmettert. Also, ist schon satt. Das ist schon satt. Ja, für Machter hat er natürlich auch ein bisschen weniger Angriff. Aber vielleicht kriegt man ihn auf 1700, wenn man ihn rein auf Angriff skillt. Alter Lachs. Das ist fett. So, die ganzen anderen Helden, ne? Haben weiterhin dieses Passiv nicht. Also, nur die Neuen haben dieses Passiv, ne? Die Alten nicht. So, wie finden wir das Ganze jetzt? Und wie finden wir so das Portal? Ähm, es ist so. Das, was an dem Portal sicherlich spannend ist, es gibt keine anderen Fünfer. Ja? Also, du hast in diesem Portal ausschließlich Ninja als Fünfer, aber natürlich auch die ältere Ninja, ne? Also, das kann durchaus sein, dass du dann auf so eine Garnett triffst. Äh, oder Jade hier. Das kann schon passieren. Aber ansonsten, es gibt hier keine anderen Fünf-Sterne aus Season 1. Die sind nicht drin. Von daher ist das schon mal per se nicht so schlecht. Weil wenn du einen Fünfer bekommen solltest und die Quote hier erfüllst, die natürlich, ne? Äh, ne so doll ist. Dann hast du aber die Chance, dass du wenigstens ein Ninja-Fünfer bekommst. Das finde ich persönlich erst mal ganz cool. Das, was mir so durch den Kopf geht, warum ich, äh, aller Voraussicht nach auch bei diesem Portal, ihr seht sie, und ich hab's ja auch in anderen Videos schon erwähnt, ich hab mich da ein bisschen vorbereitet, ähm, ganz cool finde. Ist, also, ist einfach, die Helden sind ja sehr neu. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie so unfassbar stark sind, dass sie, äh, gleich übermorgen wieder verschlechtert werden. Das glaube ich nicht. Weil selbst sie hier, und sie ist ja neu und cool, ähm, sie wird das Spiel nicht komplett auf den Kopf stellen, so wie es andere Helden schon gemacht haben, sondern ich glaube eher, dass, wenn überhaupt was passiert, dass die eventuell sogar im Nachgang, wie Small Giants das ja gerne macht, die verbessert. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass er hier noch irgendwas Abstraktes bekommt, weil viele mit ihm nichts anfangen können, weil eventuell bei der hohen Heilung, die die, äh, gegnerischen Defensiven in der Regel aktuell drin haben, äh, man Sorge hat, dass man diesen, äh, Minion wegheilt, und, äh, ja, und dann gar keinen Schaden macht, ne? Und dann ist der Held natürlich unbrauchbar an der Stelle. Also, das könnte ich mir durchaus, durchaus vorstellen, dass das, äh, passiert, ja? Und, ähm, auch die letzten Sachen immer, wo neue Events waren und dann nochmal Helden später nachgetriggert wurden, war es so, dass die älteren Helden teilweise noch ein bisschen korrigiert wurden, um es einfach noch ein bisschen cooler zu machen, weil man in den ersten Wochen schon festgestellt hat, dass die nicht so ankommen, wie man sich das gewünscht hat. Ähm, demzufolge ist das durchaus ein interessantes Portal. Brauchen wir nicht drüber reden. Die Helden per se sind nicht schlecht. Jeder auf seine Art und Weise. Passt das. Das mit den 900 am äußeren Rand ist natürlich deftig, ja? Ähm, das, was halt spannend ist, Ladungshelden gegen so Helden wie Luna und so, ist natürlich mega, ne? Einfach, weil sie ihren Special per se erstmal behalten. Ähm, mit ihrem Ausweichen, was sie von Geburt an haben, das ist auch cool. Und die Special, die ich jetzt alle erzählt habe, sind per se nicht schlecht. Ja? Also, die Helden sind alle durch die Bank weg. Gut. Ja? Ob die jetzt, äh, das Ultimative sind, da hatte ich zum Beispiel das Gefühl gehabt, dass mich so eine Pfefferflamme, wo die rauskam, deutlich mehr getriggert hat. Ja? Wo ich gesagt hätte von wegen, boah, das ist krass. Das ist krass, ja? Ähm, das passiert mir hier bei denen jetzt nicht so. Oder man ist schon abgebrüht. Das kann natürlich auch sein. Schreibt's gerne in die Kommentare, wie ihr die Helden seht. Würde mich interessieren. Oder ob ich sie zu schlecht bewerte, obwohl ich ja grad gesagt habe, sie sind eigentlich gut, ne? Also, sie sind ja auch gut, nicht eigentlich gut, sie sind gut, ja? Aber, ähm, ich hätte tatsächlich fast vermutet, dass Small Giants noch mehr drauf packt, einfach, weil sie halt immer so assi sind, ja? Von daher, Leute, das war meine Einschätzung zu den neuen Ninja-Helden. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heiß ist, es ist Helden-Forschungs-Held. Bis dahin, macht's gut. Ciao.